Hallo Hamsterfans, ich habe bei der Körnerbude bestellt und zwar zwei Kilo Hamsterfutter für meine verfressenen drei kleinen und ich wollte es mit euch zusammen auspacken. So sieht das Futter von innen aus. Da ist meine Jasmin. Hi Maus. Schau mal Maus. Das ist neues Futter, ne? Schmeckt es? Der vertraute Mehlwurm. Ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, was da alles drin ist und da ist Hirse drin, Wiesengräser, Samen, Amaranth, Mantviti, Hagebuttenkerne, Gurkenscheiben, Kamillenblüten, auch was für Jasmin, Sonnenblumenblütenblätter, Kornblumenblüten, Mehlwürmer auch, also richtig viel. Ja, sieht so nach 25, 30 Komponenten aus. Ja, man sieht so ein bisschen, dass sie merken, dass es ein anderes Futter ist. Schwitschi, ne? Der ist ja da nicht so, der geht dann immer gleich ziemlich ab, aber der lässt natürlich auch Sachen liegen, die ihm nicht gut tun. Ja, ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen. Kleine Zusammenstellung von dem Futter, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie die Hamster reagiert haben. Ich bin nicht gesponsert. Ich gucke wirklich immer selbst, welches Futter ich empfehlen kann. Körnerbude wurde mir vorgeschlagen in meinem Newsfeed. Das Futter war schon verhältnismäßig teuer, aber es hat sich gelohnt. Dann macht's gut, Hamsterfans. Bis bald. Tschüss.